Hallo, heute will ich wieder was Schönes mit euch basteln. Dafür braucht ihr einfach nur ein Quadrat oder Rechteck. Also wenn ihr ein Rechteck habt, macht ihr ein Quadrat draus. Wir brauchen ein Blatt, was vier gleich lange Seiten hat. So wie ich jetzt hier. Ich habe hier welche, groß oder klein, aber mit dem großen geht es am besten, würde ich sagen. So soll es dann aussehen. Das ist ein Herz mit einer Schleife drauf. Das ist eine ganz tolle Idee, kann man zu verschenken nehmen. Geht es noch ein bisschen schwierig zu basteln, aber ich zeige es euch jetzt mal ganz langsam. Und dann gucken wir mal, ob das zusammen hängt. So ein, also ein Viereck mit alles gleich langen Seiten, egal wie lang. So, als erstes falten wir es einmal nach oben. So, schön. Das ist dann eine Hilfslinie. So, wichtig sind die anderen beiden, die Dreiecke. So, jetzt falten wir zweimal Dreiecke einmal so nach oben. Und dann wieder auf. Und dann nochmal nach oben. Die müssen schön nachgezogen werden. Wenn die schön nachgezogen sind, kann man das nämlich auch schön rein falten. Das ist jetzt so benehm. Ich falte das so rein. Und ihr müsst darauf achten, dass es richtig schön funktioniert. Damit es nicht mehr schön geht, dann klappt das auch. Sonst klappt das dann so hier so schön rein. Und das muss dann nicht mehr oben eine Spitze ergeben. So, so ein. Nein, ihr merkt es, es wird ein bisschen schwierig. So ist schon ein Dreieck. Dann geht es drauf, falten und dann kommt hier oben das andere Dreieck. So, dann kommt jetzt hier das andere Dreieck. So, dann klappen wir das wieder auf. Dann machen wir, wo ihr auf ist, so nach oben. So, und dann müssen wir hier. Ich muss das auch hier vorne vom einfachsten. So, hier rein. Und die Ecke muss hier an der Spitze. Das ist genau hier drauf. Und dann habt ihr hier auch wieder wie so Dreiecke. Das sieht dann aus, wie so ein Fisch. So. Und dann entlang fahren wir. Das gleiche macht ihr auf der anderen Seite. Und dann gucken, dass die Ecke genau hier so ist. Und hier kommen dann Dreiecke raus. Dann habt ihr es richtig. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Dann sieht das schon mal richtig, wenn es so aussieht. Also das ist jetzt ganz ein schwieriges Teil. Jetzt müsst ihr das hier runter. Und das hier oben muss gerade sein und reingeknickt werden. Also müsst ihr bestimmt euch mehrmals ansehen. Das ist echt kompliziert. Jetzt müsst ihr gucken, dass es hier auch schön reingeknickt. Die Hülslinie nochmal richtig schön nachmachen. Dann geht es einfacher. So. Jetzt schön hier. Das andere muss hier unten auch wieder so ein Dreiecker geben. Wenn ihr es so habt, ist es richtig. So muss das aussehen. Und auf der anderen Seite dasselbe nochmal. So hoch. Das hier so. Dann nach oben. Gucken, dass das Dreieck richtig... Ich habe die Hülslinie am besten mal mal lang, dass das richtig schön wird. Dass es gar nicht so schwer geht. Und dann muss die Ecke jetzt mit hier verbunden sein. Dass es dann das Herz ergibt. So. Wie bei mir jetzt. Das knickt nicht so richtig gut. Das knickt nicht so gut geknickt wird. Das nochmal rein. Dann macht ihr das auf der anderen Seite genauso. Dann sieht das so aus. Wenn ihr das so habt, ist es richtig. Dann drehen wir das Ganze um. Dann sieht es so aus. Als nächstes müssen wir hier oben die ganze Kante hier unten auf die Mittellinie. Also alles was hier ist, halten wir hier auf die Mittellinie. Schön mit dem Nagel wieder lang. So. Und jetzt mit dem Finger hier so rein. Und jetzt mit dem Finger hier so rein. Dass das hier wieder in die Ecke, die Kante hier auf die Kante kommt. Und hier eine Ecke ergibt. Und auf der anderen Seite genauso. Den Finger hier rein. Könnt ihr auch ein Gleichstück nehmen oder irgendein Spickgegenstand, wenn es mit dem Finger schlecht geht. So rein und dann wieder hier so lang. So sieht das Ganze so aus. Und jetzt kommt die Ecke hier runter und die Ecke hier hinten. Das sind dann richtige Herzenspitzen. So. Und hier genauso. Wie auf der anderen Seite. So haben wir jetzt so Spitzen. Und die Spitzen, die knicken wir jetzt bis hier runter. So. Und hier runter. Und jetzt abgeflöchterte Spitzen sind. Könnt ihr es auch gerne spitz lassen, aber ich finde es schöner, wenn es so eingeknickt ist. So. Dann sieht das dann so aus. Wenn ihr das jetzt so habt, ist das richtig. Also die Spitze von hier oben. Hier unten. Und hier genauso. Ist das richtig, dann könnt ihr das Ganze umdrehen. So. Dann sieht das so aus. Sieht schon aus wie so ein Herz. Als nächstes müsst ihr das jetzt hier oben falten. So. Und dann nehmt ihr die Seite. Das auch so nach oben. Und nehmt die Ecke. Und nehmt die Ecke hier so drauf. So schön gerade wird. So. Hier so drauf. Und hier. Und hier. Du musst die Ecke hier auf die Linie. Und schön gerade machen. Und dann hier muss es wieder eine Spitze ergeben. So schön gerade. So genau. Und dann gibt es noch eine Spitze. Und dann gibt es noch eine Spitze. So. Sieht das Ganze so aus. Und auf der anderen Seite das gleiche Spiel noch einmal. Hier das hier hoch. Das auch. Und dann das hier so. So sieht das jetzt aus. Und das werden dann von den Schleipen oben die zwei. Und hier unten. Wie ich jetzt noch die Querkante. Dann müsst ihr das so aufmachen. So. Und dann das hier so nach innen reinfalten. Das ist wie so Dreiecke ergeben. Das hier auch. Und schön hier so noch rein. Und das Dreieck. Das muss dann hier unten wieder ankommen. So. So. Und das Dreieck so. Und dann faltet ihr das wieder so rein. Wie so ein Dreieck hier so. Wie so ein Dreieck. Ich zeige es euch auf der anderen Seite noch mal. So. Dann das hier so reingeknickt. Das ist wie ein Dreieck. Und nachden. Dass es schöne Ecke gibt. So. Sieht dann schon aus wie ein Herz. Die Spitze. Und schön rein. So. Und dann sieht man schon aus wie ein Herz. Und jetzt machen wir hier oben die Dinger mit einem Gegenstand und mit einem kleinen Finger rein. Die sich ein bisschen ausbreiten. Und hier auch genau so. Ja. Genau. Schön. Und dann ab der anderen Seite genau so. Finger rein. Oder mit einem Gegenstand. So. Und die andere Seite auch. Die könnt ihr dann so falten wie ihr es gerne hättet. Breit. Oder nicht so breit. Man kann es auch hier so drauf drücken. Die werden so breiter. Und dann misst sie einfach so. Ein bisschen leicht zusammen. Und jetzt finden wir unten die schrägige noch. Dann nehmt ihr einfach hier die Ecke. Und falts einfach so schräg nach außen. Und auf der anderen Seite genauso. Ecke nehmen. Und so nach außen. Und schon ist die Herzschleife fertig. Ein tolles Geschenk. Und wenn man es mehrmals gemacht hat, ist es gar nicht mehr so schwer. Also dann viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald. Tschüss.